Ich fange mal mit einem Schwank aus meiner Jugend an, als ich zum ersten Mal in meinem Leben jemanden kennengelernt habe, der religiös-fundamentalistisch war. Das war in der Fußgängerzone in Wiesbaden. Da gab es nachts viele singende Trunkenbolde und tagsüber Missionare, unter anderem von Scientology. Scientology, das ist diese weltweit agierende Religion aus den USA mit Tom Cruise als Posterboy und einer klagefreudigen Rechtsabteilung. Und irgendwie sah ich denen wohl psychisch labil aus. Jedenfalls haben die mich öfter angesprochen, um mich davon zu überzeugen, dass es mir a. schlecht geht und ich b. nur dann glücklich und entspannt werde, wenn ich mich ihren Reinigungsangeboten öffne. Und einer von denen, wir nennen ihn mal Tom, Tom war wohl selbst noch nicht so gereinigt, denn er rollte regelmäßig mit den Schultern. Wohl um seine Verspannungen zu lockern, werden wir uns unterhielten, was mich ziemlich irritiert hat. Vor allem aber, und das ist jetzt das Fundamentalistische, hielt er die ganze Zeit dieses Buch hier in der Hand. Dianetik heißt das und ist verfasst von Ron Hubbard, Science-Fiction-Autor und Gründer von Scientology, 50er Jahre, eben USA. Und öfter, wenn ich Tom eine meiner verspannenden Fragen gestellt habe, dann blätterte er hinten in dem Buch im Index und suchte nach einem irgendwie mehr oder weniger passenden Stichwort. Und dann blätterte er wieder nach vorne und las mir die entsprechende Stelle vor. Und das war's. Damit war die Sache für ihn erledigt. Vorlesen reicht. Es hatte was von diesem Wahrlich, ich sage euch. Und da haben wir schon das, würde ich sagen, definierende Merkmal von Fundamentalisten. Sie haben nämlich ein unverrückbares Fundament an Glauben oder Wissen. Daher auch der Name Fundamentalisten. Für aufgeklärte Menschen, aufgeklärt sein ist, würde ich sagen, das Gegenteil von fundamentalistisch sein. Für aufgeklärte Menschen ist ja so wirklich wenig absolut sicher. Vielleicht so was wie, ich denke, also bin ich. Und alles darf grundsätzlich in Frage gestellt werden. Für Fundamentalisten ist aber ihr Fundament eben absolut sicher. Darf gerade nicht in Frage gestellt werden. Und allein das Zweifeln daran ist schon eine Sünde. Was das Fundament ist, unterscheidet sich je nach Art des Fundamentalisten. Es gibt ja politische Fundamentalisten und eben religiöse Fundamentalisten und Ernährungsfundamentalisten und noch ganz vieles mehr. Und bei religiösen Fundamentalisten ist das Fundament oft ein heiliger Text, ein Buch. Die Bibel, der Koran, bei Scientology, eben dieses Buch von Ron Hubbard. Das Buch ist die Autorität. Oder jemand, der für einen das Buch auslegt. Fundamentalistisch-Gläubige haben als Fundament oft heilige Texte, die sie für wörtlich zu verstehende ewige Wahrheiten halten. Das wirft natürlich die interessante Frage auf, warum glauben Fundamentalisten denn, dass ihr Fundament die absolute Wahrheit sei? Entweder sagen sie einfach, naja, das ist halt mein Glaube, wobei das heutzutage ja wenig überzeugend ist. Es gibt ja ganz viele Glaubensangebote. Es ist ja nicht mehr so wie früher, wo eigentlich alle Leute drumherum der gleichen Religion, nämlich meine, angehört haben. Oder, das scheint mir inzwischen häufiger, sie meinen, sie seien nach reiflichem Studium dazu gekommen, ihr jeweiliges Fundament als unbezweifelbare Wahrheit erkannt zu haben. Und sie meinen dann, damit im Zusammenhang stehend, oft auch, dass es eben unumstößliche Beweise für die Wahrheit ihres Glaubens gebe. Mir hat zum Beispiel mal eine fundamentalistische Christin ganz selbstverständlich in so einem Nebensatz erzählt, Wissenschaftler hätten ja bekanntlich irgendwo in der Türkei auf einem Berg die Reste der Arche Noah gefunden. Also sei alles in der Bibel wörtlich wahr. Und fundamentalistische Muslime argumentieren oft mit den sogenannten Wundern im Koran. Damit meinen sie, dass der Koran voller Aussagen sei, die erst durch die Naturwissenschaften im 20. Jahrhundert entdeckt und bewiesen worden seien. Zum Beispiel, dass sich das Universum ausdehne, also expandiere, das weiß die Astronomie tatsächlich erst seit etwa 100 Jahren. Also könne Mohammed sich den Koran nicht ausgedacht haben, wie das Ungläubige sündhafterweise behaupten, sondern nur ein allwissender Gott. Und damit sei bewiesen, dass der Islam die einzig wahre Religion sei. Wenn man aufgeklärt ist, dann fragt man an so einer Stelle mal genauer nach. Was meint denn eigentlich die moderne Astronomie, wenn sie populärwissenschaftlich behauptet, das Universum expandiere? Sie meinen, dass sich der Raum ausdehnt und nicht, dass sich das Universum zum Beispiel in dem Sinne ausdehnt, dass von außen was dazukommt. Der Abstand zwischen den einzelnen Objekten im Raum wird größer. Zumindest hat mir das mein, immerhin Physik im Gymnasium in der Oberstufe unterrichtender Kollege Terford so erklärt. Ich hoffe, ich habe ihn da richtig verstanden. Okay, also der Raum dehnt sich aus. Und wenn man so weit ist, dann sollte man fragen, was ist denn die original arabische Formulierung, auf die sich Fundamentalisten bei dem Thema berufen. Die Stelle ist übrigens Koran 51, 47. Kann man leicht im Internet finden. Und wenn man da nachsieht, dann wird klar, da steht nichts davon drin, dass der Raum sich ausdehne. Und was Fundamentalisten mit Ausdehnen übersetzen, kann man auch mit anderen Begriffen übersetzen. Warum erzähle ich das alles so im Detail? Das ist keine Haarspalterei, sondern einfach ein ernsthaftes Prüfen eines Argumentes. Denn außerordentliche Behauptungen verlangen außerordentlich gute Beweise. Und da kann man nicht einfach etwas so übersetzen, dass es zu dem passt, was man eigentlich von Anfang an beweisen wollte. Was für das Verständnis von Fundamentalismus daran wichtig ist, diese Argumente sind tatsächlich stattdessen oft eher das Ergebnis eines sogenannten Confirmation Bias, eines Bestätigungsfehlers. So nennen Psychologen diese Art zu denken. Die meinen damit die Neigung, Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass sie die eigenen Erwartungen und Voreinstellungen bestätigen. Und andere Informationen, die die eigenen Ansichten infrage stellen, die werden übersehen. Verschwörungstheoretiker machen das gerne und eben auch Fundamentalisten. Und wenn man das so macht, dann erscheint einem die eigene Überzeugung natürlich unbezweifelbar und ewig richtig. Warum gibt es aber nun Menschen, die so denken? Manche Menschen können es nur schwer aushalten, wenn sie nichts haben, was ihnen absolut sicher erscheint, weil dann fürchten sie, dass sie keine Richtung mehr im Leben haben, keine Orientierung, keinen Sinn. Und sie trauen sich nicht selber zu, einen Sinn oder eine Orientierung zu finden. Und dann ist die Unsicherheit, die unsere modernen Gesellschaften, unsere moderne Gesellschaft mit sich bringt, schwer auszuhalten. Die ist ja sogar schwer auszuhalten, wenn man sich das zutraut. Und für manche Menschen ist diese Belastung, diese moderne Unsicherheit, eben tatsächlich unerträglich. Und sie entwickeln sich dann zu Fundamentalisten. Denn Fundamentalismus gibt scheinbar Sinn und Orientierung und Sicherheit im Leben. Jetzt haben wir geklärt, was Fundamentalismus im Kern ist. Und wir haben eine psychologische Erklärung dafür gehört, warum manche Menschen fundamentalistische Neigungen entwickeln. Jetzt kommen noch ein paar der problematischen bis schrecklichen Folgen, die es haben kann, wenn jemand Fundamentalist ist. Und ich gehe dafür nochmal kurz zurück in die Fußgängerzone nach Wiesbaden zu Tom, unserem Psychologe, äh, unserem Scientologen. Wenig überraschend wurde am Ende unseres Gespräches klar, dass ich mich Scientology nicht öffnen werde und er mit mir wohl seine Zeit vergeudet hat. Und dann sagte er mir zum Abschied, ich habe das Bild noch genau vor Augen, obwohl das über 20 Jahre her ist, er sagte zu mir mit so einem arrogant, gehässigen Lächeln, Du musst erst noch weiter leiden, bevor du es einsiehst. Unnötig zu sagen, dass er mir das auch ganz selbstlos gewünscht hat. Auch das scheint mir typisch für manche Fundamentalisten zu sein. Sie haben wenig Probleme damit, dass Ungläubige oder Zweifler bestraft werden. Auch dazu habe ich eine interessante, direkte Erfahrung gemacht in einem Gespräch mit einem Vertreter einer kleineren muslimischen Glaubensrichtung. Das war kurz nachdem eine riesige Flutwelle die japanische Küste bei Fukushima getroffen hatte. Da gab es bis zu 15 Meter hohe Wellen und durch diese Wassermassen sind etwa 20.000 Menschen getötet worden. Und ich habe besagten Geistlichen dann gefragt, warum hat Allah das zugelassen? Seine Antwort wie aus der Pistole geschossen, das hatten die verdient. Ich habe dann erstmal kurz geschluckt und dann gefragt, aber da waren doch auch kleine Kinder dabei, die haben doch bestimmt nichts getan, um den Tod zu verdienen. Und dann meinte er, ja, aber die kommen in den Himmel. Da vergessen die ihr Leiden dann. Das so direkt gesagt zu bekommen, fand ich schon, und das von einem Vertreter einer Religionsgemeinschaft, die an hessischen Schulen Religionsunterricht anbietet. Ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass die das nicht dürfen sollten. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Manche Fundamentalisten glauben, dass Gott sich nicht an die Menschenrechte gebunden fühlt und deshalb eben auch mal durch Naturkatastrophen 10.000 von ihnen zur Strafe töten kann und die dabei getöteten Unschulden kommen in den Himmel und damit ist das auch okay. Nun könnte man ja sagen, wenn man so ein Gottesbild hat, dann ist das halt Privatsache, ist es auch, und tut keinem weh. An der Stelle kann man mal das Video kurz anhalten und sich überlegen, ob das stimmt. Ich würde sagen, wenn man zu einem Gott betet, der die Menschenrechte nicht unterstützt, dann liegt es zumindest nicht fern, sie selbst auch nicht zu unterstützen oder sogar aktiv zu verletzen. Ich habe, um diese Befürchtung zu testen, besagten Imam dann gefragt, wie hält ihre Religion es denn mit Homosexualität? Das ist eine Sünde, war sofort die Antwort. Warum? Stell dir vor, alle deutschen Männer wären schwul, dann würde das deutsche Volk ja aussterben. Hm. Ein moralisches Recht auf sexuelle Selbstbestimmung gab es für ihn also nicht. Und ich kann mir leider auch nicht vorstellen, dass er für Schwule und Lesben in seiner Gemeinde ein gutes Wort eingelegt hat. Und bei einer Neigung, die Menschenrechte aus Glaubensgründen nicht anzuerkennen, ist es dann auch vielleicht nicht völlig fernliegend, sie sogar aktiv zu verletzen. Um das klar zu sagen, es verletzen nicht alle fundamentalistisch Gläubigen aktiv die Menschenrechte oder töten sogar Sünder. Das machen die allerwenigsten. Man muss deshalb unterscheiden, es gibt harmlose Fundamentalisten, die die Menschenrechte zwar nicht akzeptieren, sie aber eben auch nicht aktiv verletzen. Und es gibt gefährliche Fundamentalisten, die das tun. Und es gibt ganz viel dazwischen. Die harmlose Variante zum Beispiel ist die freundliche 83-jährige Oma, die zwar nicht ganz verstehen kann, dass ihr Enkelsohn schwul ist, aber die ihn trotzdem liebt. Es gibt manche Zeugen Jehovas, die den Kontakt zu einem Gemeindemitglied abbrechen, wenn das sich offen und ohne Reue zu seiner Homosexualität bekennt. Das ist schon weniger harmlos. Und es gibt Menschen wie den islamistischen Terroristen Anis Amri, 24 Jahre alt, der 2016 einen LKW kapert und 13 Menschen auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin ermordet. Zum Schluss noch ein Zitat von Paul Tillich. Der Fundamentalismus versagt vor den Kontakten der Gegenwart und zwar nicht deshalb, weil er der zeitlosen Wahrheit, sondern weil er der gestrigen Wahrheit verhaftet ist. Er macht etwas Zeitbedingtes und Vorübergehendes zu etwas Zeitlosem und Ewiggültigen. Er hat in dieser Hinsicht dämonische Züge, denn er verletzt die Ehrlichkeit des Suchens nach der Wahrheit, ruft bei seinen denkenden Bekennern eine Bewusstseins- und Gewissensspaltung hervor und macht sie zu Fanatikern, weil sie dauernd Elemente der Wahrheit unterdrücken müssen, deren sie sich dunkel bewusst sind. So, das war's wieder für heute. Wie immer gilt, wem's gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren, antworte ich gerne drauf und vielleicht sogar abonnieren und alles Gute!